Willkommen im Online Zusatzteil liebe Zuschauer. Schön, dass Sie immer noch dabei sind mit Hermann Joha, Stuntman, Regisseur, Moderator. Alles in einer Person, aber vor allem der Regisseur, der Produzent. Der interessiert mich jetzt mal. Du hast feste Mitarbeiter, circa 150 habe ich mal recherchiert, in Stoßzeiten sogar bis zu 750. Da frage ich mich, wie unruhig schläfst du da zum einen, was die Personalverantwortung angeht, aber auch immer wieder, hoffentlich ist der Stunt, den wir heute machen, auch wirklich gut berechnet worden. Also wenn einem deiner Leute was passiert, also da schläft man doch nicht ruhig, oder? Wie geht es dir damit? Also wenn es ganz große Geschichten sind, dann hat man schon irgendwie einen unruhigen Schlaf. Da gebe ich dir völlig recht. Aber wenn es jetzt... Was ist eine große Geschichte für dich? Bitte? Ab welcher Kategorie beginnt für dich richtig große Geschichte, wo du sagst, da schlafe ich? Naja gut, also wir hatten jetzt eine Geschichte auf der Autobahn, da ist ein Autotransporter mit zehn Autos durchgebrochen, auf der anderen Seite umgefallen. Es kamen natürlich zehn Autos mit Stuntleuten besetzt, von der einen Seite, zehn von der anderen Seite. Die mussten alle ausweichen. Danach hat sich ein Tanklaster quergestellt, der natürlich dann logischerweise explodiert ist. Und durch diesen Tanklaster ist dann noch eine nagelneue S-Klasse geflogen. Wir bekommen ja von den Herstellern für ganz bestimmte Stuntfahrzeuge zur Verfügung gestellt. Ist dann klar, das muss ein One-Taker werden. Da hast du keine drei Versuche für so ein Ding. Ne, also das muss dann wirklich klappen. Also wenn es da nicht klappt, dann whatever you hit, tell it's a target. Dann sagst du, naja, es sah doch auch gut aus. Und dann wird es auch so reingeschnitten. Du darfst halt vorher richtig nicht zu genau äußern, wie es passieren wird. Genau. Das sage ich auch immer in meinen Zaubershows, wenn jemand sagt, ja, aufgeregt, sage ich, außer mir wusste doch niemand, was es werden soll. Also da ja, also insofern, ja, also nur normalerweise, wir haben jetzt so viel Erfahrung, da haut das hin. Und dann gibt es halt auch einfach die Movie-Magic-Filmschiene, dass du überschnitt alles wirklich retten kannst. Das ist halt sowas mal auf. Das sollte ja nicht so aussehen. Sieht jetzt alles ganz anders aus. Wie lösen wir das Problem. Dann steht der Stand-Coordinator, der Regisseur, die Regieassistenz und gegebenenfalls der Produzent zusammen. Und dann sagen, okay, dann lösen wir das einfach anders auf. Und es ist wirklich schon zigmal passiert, dass hinterher dann sogar noch besser aussah, wie wir es uns eigentlich überlegt haben. Musik